Die Sammlung ist einfach atemberaubend toll. Das ist ein Feuerwerk an Kunstgeschichte und an Kunstaktualität. Ich denke immer, dass es für die Kunsterfahrung wichtig ist. Nicht nur, dass die Kunst hervorragend ist, sondern auch, dass die Präsentation mit der Kunst umgeht, sodass man Erfahrungen machen kann, die man nicht erwartet hat. Und da denke ich, dass das Kunstmuseum Basel einiges vorgezeigt hat. Diese spürbare Haltung für das Museum ist unschlagbar. Diese unglaubliche Bereitschaft der Bürger in Basel zu sagen, das ist die Kultur, die Kunst, die wir wollen, das ist außergewöhnlich und ich kenne keinen Ort, wo das so zu finden ist.